Für alle Menschen, für alle Kinder dieser Welt, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Und dass niemand mehr vergisst, dass diese Welt ein Wunder ist. An diesem Tag, in diesem Moment, lasst uns zusammenstehen. Für alle Menschen, für die Kinder dieser Welt. Gebt den Kindern dieser Welt die Chance, in Frieden zu leben. Gebt den Kindern dieser Welt die Chance, überall. Denn nur wer an die Liebe glaubt, der findet eine Tür zur Zukunft. Liebe allein gibt die Kraft und den Mut zum eigenen Weg. Den Mut zum eigenen Weg. Für alle Menschen, für alle Menschen, für alle Kinder dieser Welt. Dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Weißt du, was ich mir zu Weihnachten wünsche? Dass wir nächstes Jahr wieder mit dem Tanzalarm ganz viele Menschen fröhlich machen. Für gemütliche Weihnachtsstimmung haben wir hier jedenfalls schon mal gesorgt. Ich glaube, das wird ein richtig schönes Fest. Na dann, in diesem Sinne, euch allen, fröhliche Weihnachten! Chor. Jaa... Jaa... Jorgen Dallas